Ich wünsche allen mal einen guten Morgen. Ich bin jetzt wieder in Essensfehle und jetzt geht es weiter auf den Ruhr-Höhnensee. Das geht von Essensfehle Richtung Essen-Kittwig. Das sind so circa 27 Kilometer und das Wetter ist toll. Wir haben jetzt so kurz nach 10, meine ich, und die Temperaturen sind wirklich sehr hervorragend. Das Wetter ist schön und wir sind hier jetzt direkt an der Ruhr. Und jetzt gehen wir mal los und ihr dürft mich hier mal gern wieder auf diesem Abschnitt begleiten. Werden wir mal wieder schauen, dass ich tolle Fotos hinbekomme und schöne Filmsequenzen und dann sehen wir uns. Oh, oh, oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Also die Villa Hügel werden wir uns aus Zeitgründen nicht ansehen, das machen wir nochmal separat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.